Frank Fahrzeugbau empfängt internationale Gäste. Anlässlich der Weltmeisterschaften der Berufe, kurz WorldSkills, empfing das mittelständische Traditionsunternehmen Frank Fahrzeugbau eine indische Delegation. Im Vordergrund stand das Thema Ausbildung im deutschen Handwerk. Geschäftsführer Klaus Frank informierte über das duale Ausbildungssystem in seiner Firma und stellte im Rundgang die Lehrlinge persönlich vor. Das Familienunternehmen feiert im kommenden Jahr 50-jähriges Bestehen. In dieser Zeit wurden weit über 100 Lehrlinge ausgebildet, die zu den Besten im Kammerbezirk Leipzig gehören.